Und Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zu We Were Here Forever! So, jetzt erstmal gucken. Die Rolle haben wir. Wir haben... Achso, okay. Äh, also die andere Tür kann er selber aufmachen, die andere Tür muss ich aufmachen. Aber wie? War das jetzt hier die Qualentür? Die erste? Wie hat er hinten... Da kommst du einmal so eine Runde. Okay, aber wie kann ich die aufmachen? Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Warte mal, welches Zeichen ist denn das? Okay. Oh, Markiera! Hier ist noch ein Luftrohr, da ist noch ein Luftrohr. Jetzt bin ich wahrscheinlich wohl wieder im Kreis gelandet. Warte, ich verfolgs gerade. Äh, okay. Warte mal. So. Weißt du nicht. Ähm, ich weiß jetzt gerade... Der hört das ja auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Komm ich wieder nach Hause? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Warte mal, der geht hier rein. Oha, drei Türen. Heilige. Super. Sackgasse. Ich habe mich verlaufen. Wieso? Ernsthaft? Nein. Dann geht das hier lang, dann geht das hier lang. Äh, ne. Völlig verkehrt. Völlig verkehrt. Probierde da die andere Tür irgendwie aufzukriegen. Aber das ist gar nicht so einfach. Aha, ich habe den Weg, glaube ich, wieder nach Hause geschafft. Sehr schön. Ich gucke gerade. Sehr schön. Ich gucke gerade. Genau, wie es anzeichnet, wo was hingehört. Ja. Oh, so. Oh. Boah. Der geht da rein. Sag mal, was ist denn nun gesehen? Da reinmachen. So, dann geht der nach unten. Dann geht der hier rum. Dann geht der hier rum. Dann geht der hier rum. Dann geht der da rein. Dann geht der da rein. Dann müsste eigentlich die Tür... Links müsste jetzt eigentlich auf sein. Also wenn du links rein gehst... Ich hoffe, das war die auf. Ja, ich habe hier eine offene Tür und ich habe hier auch einen zweiten Punkt, wo ich atmen kann. Okay. So. Ja, die erste Tür von, die hatte ich ja vorhin aufgemacht. Und die zweite Tür, die da geradeaus weiter ist, die müsste auf sein. Ich bin in einen Raum gefallen. Oh. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo was, wo ich atmen kann. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich habe aber bis jetzt... Da ist eine Tür. Und wo zeichnen Sie es, sag mal Bescheid. Das war jetzt das, ähm... Dingsenrad. Oh, hier das, das, das Lenkrad vom Schiff. Ah ja, stimmt. Kann ich irgendwo... Kann ich irgendwo... Kann ich irgendwie schaffen, dass ich hier bei... Ja, bei der Krone irgendwie, das ist so ein Spitzhut. Ja. Dass da irgendwie Luft draus kommt. Ja. Ja, die leuchtet gerade. Genau. Dass man hier irgendwie Luft kriegt. Ich weiß nicht, ich muss gucken. Äh... Ist aber anscheinend angeschlossen. Vielleicht... Warte mal hin. Ich guck mal. Irgendwohin. Scheiße. Warte, ich... Der müsste eigentlich... Ich bin jetzt bei dem Alpaka mit den Flügeln... Und der Langmähne. Ja. Und geh jetzt noch tiefer rein. Äh... Warte. Oh, ich hab gedacht... Ich hab wieder ein... Äh... Ein Laufloch. Oh. Okay. Und das Name. Wie viel Action hier? Ich geh weiter. Alter. Wie weit bin ich denn jetzt schon? Weiß ich nicht. Kannst du noch eine Etage tiefer runterfallen? Ich weiß es nicht. Ich hab hier jetzt wieder eine Tür. Die kannst du glaub ich mit Luft öffnen. Mit deine Luft. Und wie? Äh... Nein. Kann ich nicht. Einfach links klick drauf. Mit uns um interagieren. Dann könnte ich meine andere auch aufmachen. Nö. Geht nicht. Okay. Also die haben wir auf. Ich geh jetzt mal einen anderen Weg. Ich hab ja hier zwei Wege gehabt. Die haben wir auch. Was? Kann doch sein, dass du irgendwo da bist. Scheiße. Sackgasse. Okay. Und ich komm da nicht mehr hoch zum Luftholen. Scheiße. Aber ich muss doch hier irgendwo noch lang gehen können. Ach, da geht's auch noch. Ne, da ist Tür. So. Aber hier ist Sackgasse. Ich weiß es nicht. So. Ich könnte mal sagen, hier bin ich in Gefahr. Wenn du die Tür nicht aufmachst und ich die nicht aufmachen kann. Ja, ich kann sie dir nicht aufmachen. Die ist bei mir ist die blau. Das heißt, du musst sie selber aufmachen. Ich kann bloß die gelben Türen aufmachen. Du weißt doch gar nicht, welche Tür ich bin. Aber ich muss ja irgendwie schaffen. Ich muss ja irgendwo rausfinden, wie man die aufmacht. Ich will meine Lebensretter, die Luft. Ich will meine Lebensretter, die Luft. Ich will meine Lebensretter, die Luft. aufgehen. Aufgehen. Kann das sein? Ist auf jeden Fall eine gelbe Tür hier. Hm. Hast du das gesunden? Nein. Dreh mal irgendwas an deinen komischen Röhrchen da. Bis ich sage, ist gut. Hast du da irgendwelche Zeichen gesehen? Nein. Leider nicht, sonst hätte ich sie gesagt. Oh, Tür ist auf. Oh, okay. Okay. Oh, scheiße. Ich brauche Luft. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wieder eine gelbe Tür. Oh, toll. Du bist, Mensch. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe hier überhaupt keinen. So. Oh. Äh. Luchten jetzt alle? Ich bin drin. Ich habe jetzt alle geredet. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier bei einer gelben Tür, die schon offen war. Ja. Oh, jetzt ist sie wieder zu. Oh, warte. So. Ja. Ich bin jetzt in der Luftschleuse. Äh. Du bist in die Luftschleuse? In unserer. Wow. Du bist jetzt wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Alter, sieht das geil aus hier. Äh. Äh. Wo. Wo sehe ich denn jetzt? Ohne bleibe ich hier. Na toll. Werde dich wahrscheinlich wo gleich irgendwie abholen. So. Ich muss jetzt nur mal eben gucken, wie ich hier was machen muss. Was muss ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ohne. 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 Okay. 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 Ohne. Okay. Okay. Ich bin in einem, in einer Glaskuppel gefangen. Ich bin jetzt eingesperrt. nein eingeschweckt warum aber ich kann hier kein leben lassen gar nicht ich kann den draus ist das sind okay irgendwas muss gemacht haben ich gehe nach ja ja ich komme nach oben ich sehe dich ich seh dich auch ich nutze mal eben die zeit um markiere eine spritze rein zu greifen oh kleinen moment aber kommt gleich der hat um neun feierabend ja der hat um neun feiern so okay tügel ich mal auf kann ich alle höchstens erschießen kommst du jetzt hier rein warum muss ich da rein kommt einfach rein andere türen hier an der tür kommst du nicht hin ich bin anderer seite hier ist irgendwie ein rätsel wir sind auch rätsel wir sind auch rätsel hier komme ich nicht hin warte mal eben vielleicht muss ich dann mal eben heraus herauskommen und ein rätsel machen ach du ahnst es nicht was ist das denn rätsel über rätsel hier drei rätsel rätsel aber 1 für farben weiß orange blau ist das noch mal weiß und blau ist und öffentlich zahlen und staben und noch mal weiß orange blau und ich kann kein kleines davon machen doch hier ok haben wir irgendwelche rohre nehmen ich auch ich weiß ja nicht man müssen wirklich alle oder muss ich nur ein ding ah ich habe nur ein rohr ok orange ist richtig ich habe hier wirklich nur 1 b 1 b rohr ok ich weiß gar nicht ob das jetzt richtig ist was ich hier nicht mache ich weiß nicht mal was ich machen soll ich habe ja nur ein rohr ich habe ja nur ein rohr warum hab ich denn so viele warte ah ok warte also meinst du hast du vier rohre musst du nun mal wieder hingehen doch beteiligen uns mit die rohre ach so ich habe drei rohre ist also drei rohre guck mal brauche ich ein d rohr bei mir stehen zwei jetzt ich nehme mal das d rohr raus das würde ich nicht so jetzt geht das nicht mehr ich habe 2d rohre und ein b rohr wenn schon wieder ist nicht langsam pause doch nicht ja das ist echt schwer immer schwerer auch ein rohr aber ein rohr haben wir nicht ne ich weiß nicht ob man das blau und orange mischen kann ob das sinn und zweck der sache ist wird es wird es Oder muss man die alle? Keine Ahnung. Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschaui. Tschaui. Tschaui.